Zahlreiche ZuschauerInnen von The Masked Singer warteten ungeduldig auf den Auftritt der Mars-Maus. Denn das Tier hatte die Auftaktshow der neuen Show-Staffel verpasst. Warum, wurde bisher nicht kommuniziert. Nun aber war die Person im Nagerkostüm auf der Bühne zu sehen. ZuschauerInnen konnten bei dieser Gelegenheit auch gleich die Stimme des Kandidaten hören. Statt Begeisterung löst dieser Auftritt jetzt jedoch heftige Kritik aus. Der Vorwurf. Hier treibt der Sender ein mieses Spiel mit dem Publikum. Rätselraten um Mars-Maus. Masked Singer-Fans mit gewagten Theorien. Denn zuvor hatte es satte Spekulationen dazu gegeben, wieso die Mars-Maus bei der Premiere der aktuellen Show fehlte. Etwa jene, dass ein Star sich hinter der Nageraufmachung verstecken müsse, der wegen einer anderen Show nicht dabei sein konnte. An jenem Sonnabend lief etwa parallel die Giovanni Zarella Show. Die Theorie der Fans. Vielleicht war die maskierte Person ja dort geladen. Aus einem ähnlichen Grund fiel der Verdacht auf die Moderator-Legende Thomas Gottschalk. Denn DWDL hatte vor zwei Jahren berichtet, dass in den ZDF-Verträgen mit dem Moderator stehe, dass er vor einer Ausstrahlung von Wetten, dass nicht in anderen Shows auftreten darf. Das könnte der Theorie zufolge also eine Erklärung für das Fehlen der Mars-Maus in der Vorwoche sein. Denn Wetten, dass lief am Samstag vor der Ausstrahlung der zweiten Folge. Die Spekulation erhielt Aufschwung durch den Umstand, dass Masked Singer diesmal ausnahmsweise auf den Sonntag geschoben wurde, damit sie nicht zur selben Zeit wie Wetten, dass Mars-Maus stattfindet. Masked Singer. Auftritt der Mars-Maus macht Fans sauer. Nach dem heiß ersehnten Auftritt kommt nun jedoch Kritik auf. An diese Theorien glauben die Zuschauer. Innen indessen nicht mehr. Denn viele Fans glauben, die Mars-Maus-Stimme niemand geringerem als TV-Star Jenke von Willensdorf zuordnen zu können. Zu ihm passen nach Meinung vieler Zuschauer. Innen auch die witzigen Kommentare, die die Maus ständig abgab. Brisant daran, der Journalist saß in der ersten Ausgabe von Masked Singer selbst als Gast im Rate-Team neben Alvaro Soler und Ruth Moschner. Falls das stimmt, wäre das auf jeden Fall besonders. Einige Zuschauer. Innen macht diese Theorie allerdings wütend. So findet eine Person, dass dies ein blöder Move von ProSieben sei. Viele fänden es in Ordnung, dass ein maskierter Kandidat wegen Krankheit oder anderen Problemen mit Terminen fehlt. Als unfair empfinden sie es jedoch, wenn jemand wegen derselben Show ausfalle. So schrieb eine Person laut Berliner Kurier auf Facebook. Also wenn das Jenke ist, ist es für mich rum. Da kann man so eine blöde erfundene Geschichte auch sein lassen oder ihn nicht als Rate-Gast einladen. Und ein anderer User kommentiert unter einem Beitrag dazu auf Facebook. Warum sitzt der dann überhaupt in der Jury? Dumm. Ob sich tatsächlich Jenke unter dem Kostüm versteckt, können die Zuschauer. Innen allerdings erst in der nächsten Folge der Show erfahren. Masked Singer läuft am Samstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben. уз plellt Genau, wenn nicht sehen, wer es nicht okay ist. Eine Person mit mir wird mit deinem Leben verềugültet. Aber stacks roof on replacing limitiert. Und jetzt kommt es weiter. Ganz einfach von своим睡stift zu ern第一 Nacht. Vielen Dank.